Darf ich die dazu? Na klar, wir machen's wie immer. Die Kinder kriegen morgen früh ihre Strümpfe mit den Kleinigkeiten drin und die großen Geschenke heben wir für den zweiten Feiertag auf. Phyllis möchte wissen, wie viele wir sind. Das habe ich ihr doch gesagt, neun. Ach, das heißt also, dieser Mann kommt tatsächlich, ja, mit diesem Schriftsteller ist wirklich zu rechnen, ja? Ich denke schon. Hey, Schatz, es ist Weihnachten und es ist nichts schlimmer als sonst. Oh, Gott! Shh! Ja, bravo, Félix! Ja, bravo, Félix! Ja, bravo, Félix! Ja, bravo, Félix! Zweite Nummer 3? Zweite Nummer 3? Mach schon, mach schon, mach schon! Show must do! Theater muss sein! Schnauhr! Schnauhr! Schnauhr!